Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge auf der Staatenbach im LS19 am Freitagmorgen. Einen wunderschönen... Ja, gestern ist die Folge leider ausgefallen, weil, ähm, ich hab's ja schon gesagt, ich bin gerade ein bisschen am Plan für das eine oder andere neue Projekt. Ich weiß vielleicht, das ist ganz schön schwarz hier. Egal. Ähm, und ja, deswegen für die Folge gestern leider aus, das tut mir leid. Aber heute kommt natürlich wieder eine. So, wir stehen natürlich schon hier vor unserem wunderschönen Case Puma, den wir uns gemietet haben. Ähm, der Wald da hinten ist weiter fleißig, ähm, Kartoffel ernten. Und ich hab's tatsächlich noch mal abgedankt und wir haben jetzt 38.000 Liter drin, also fast komplett voll. Das heißt für uns, wir fahren jetzt das Gespann ab. Aber wir sind natürlich schlau und machen gleich mal einen Kurs zum Landhandel. Ich glaub schon. Wir fahren jetzt aber mal hin. Und natürlich die Mini-Mäppchen mal aufmachen, weil, ich weiß natürlich nicht, wo der ist. Aber uns wird's natürlich da rechts unten angezeigt, äh, links unten. Ist natürlich super. Das ist schon stockdunkel, kein Mensch mehr auf den Straßen unterwegs. Und Leute, ich möchte mich tatsächlich für den krassen Support der letzten Tage wirklich bedanken. Also, vielen, vielen Dank für den ganzen neuen Abos, die reinkommen, Aufrufe, Likes, etc. Vielen, vielen Dank, da wollte ich mich einfach mal bedanken. Der eine oder andere würde sagen, ja, 38 oder 36 Abonnenten, was ich gerade hab, ist ja natürlich nicht viel. Aber für mich ist es da schon mal ein großer Fortschritt, dass das vorangeht. Muss ich wirklich sagen. Aber vielen, vielen Dank. So, dann fahren wir mal rechts, äh, links rein. Oh, ich hab' ich's aber auch mit links und rechts. Uh, nicht zu schnell. Das war knapp, aber gegen. Da waren wir mal drauf, ja. Hier ist auch mal ein bisschen Verkehr. Da sind wir wieder da, in unserer wunderschönen Ortschaft Stappenbach. Ähm, ich fahr' dann mal da ganz nach oben hin und weiter, sagen wir mal, weil ich weiß nicht, wo ich jetzt hin muss. Ähm, wobei, warte mal. Ich muss hier rüber? Ja, geradeaus, hier rauf. Ja, da hinten ist der Landplan bestimmt, genau. Jetzt hier links hoch. Oh, ich drüben bin, steht immer noch vorbei. Ach, der fährt auch da, ok. Dann passt das, ja. Ah, jetzt ist er da hinten oben, oder? Ah, ja, ich glaub, ja, da hinten ist er, ja. Stimmt, stimmt. Jetzt fällt's mir wieder ein. Das war damals der ehemalige... Da war auch der Ballenverkauf, war hier auch. So, ich würde jetzt mal den Kurs hier stoppen. Da sparen wir das ganze Teil mal. Ähm, wer jetzt fällt, war denn das? Das war die 20. Ähm, F20 unterstrich. Landhandel ist das hier, glaub ich, oder? Ich glaub schon. Hier gibt's aber mal ein. Landhandel. Was hüpft denn hier? Oh. Hinten machen wir vielleicht ein bisschen den Stau. Naja, ich feier schon, meine Güte. Sonja, die haben uns aber auch wieder eilig. Ja, die wollen wahrscheinlich alle in den Feierabend. So. Dann landen wir den noch ab. So, jetzt muss ich mal gucken, ist das hier der Landhandel? Ich hoff's mal. Ja, ist der Landhandel. Ähm, aber ich möchte tatsächlich jetzt mal ganz kurz was gucken. Und zwar war hier hinten immer so ein Ballenverkauf. Okay, der ist jetzt hier nicht mehr. 56% fuhr ich von F20 abtransportiert. Aber hier haben wir den Kalk und den Wasserbehälter. Okay, können wir da auch Wasser holen. Ah, ich hänge. So. Zack. Dann machen wir natürlich auch, glaub ich, wieder kurz zurück zum Fahrt. Äh, zack. Kurzabzeitung beginnen. Ja. Natürlich weit genug aus, wenn wir hier nicht hängen bleiben. Natürlich auch hier am Schild nicht. Zeig mal, dass wir schließen. Und dann geht's zurück zum Feld 20. Oh. Okay. Ah, da kommt hoffentlich keins. Ne, geht's. Ah, da kommt hoffentlich keins. Und die Strecke schön frei. Oh, da kann er kommt sein. Dann haben wir mal wieder. Dass wir ein Licht ausmachen. So, hier rechts. Auf dieser Strecke fährt er so gut wie gar kein Auto, wenn überhaupt ein Auto fährt. Ja. Deswegen weiß ich, dass die alle da rechts unten abbiegen. Abbiegen. Und dann sind wir gleich wieder wieder auf dem Fahrt. Und dann sind wir gleich wieder auf dem Fahrt auch gekommen. Nein, nein, nein. Das geht so nicht. Und dann sind wir schon wieder hier am Feld. Schauen wir mal hier nicht die Zuckerrümmen vom Nachbar kaputt von, wenn nicht so schön. Dann haben wir das A und den können wir wieder da vorne hin parken. Zack, zack. Er arbeitet hier fleißig. Da ist unser Steir. Zack, zack. Dann werden wir natürlich noch weiter schwadern. Das sind wir ja letztens nicht ganz fertig geworden. Oh. Hat ein bisschen was liegen gelassen, aber geht. So, drehen wir da mal. Hier machen wir den Hoch. Fangen wir mal kurz die Straßen aus zum Drehen. Und dann heißt es wieder ein Berg-Ubi. Oh, ich schwadere jetzt mal ein bisschen zusammen die zwei Bahnen. Wir müssen hier mal kurz zusammen mitmachen. Dann werden wir natürlich noch mal wieder nichts liegen lassen. Wenn wir hier schon alles mitnehmen, dann schaut das vorhin nämlich auch sauber aus. Zack. Perfekt. Schöne Spitzenummerung. Einmal gedreht. Senkt mir das wieder. Der Walther wird wahrscheinlich auch schon bald meckern, dass er wieder viel ist. Wenn man vom Teufel spricht, da ist er schon. Da brauchen wir noch ein bisschen was umlegen, das nehmen wir natürlich auch mit. Schönen der Mittel. Haben wir da hinten noch was liegen? Schöck. Ein bisschen was haben wir da drüberlegen. Das nehmen wir natürlich mit. Zack. Ich weiß nicht warum, aber normalerweise CP kostet ja die Hilfe, aber keine Ahnung, seit dem neuen Update habe ich irgendwie die Auswahl auch gar nicht mehr, dass ich jetzt ehrlich stellen kann, ob ich den jetzt Lohn zahle oder nicht. Das ist schon ein bisschen komisch. So, natürlich hat er nun leicht noch, wenn wir auf der Straße fahren. Mit so einem großen Zug gespannen überhaupt, wenn es jetzt noch so nacht ist. So, ich hoffe, da können wir nicht. Ein bisschen raus können wir, also können wir auch wieder nicht. So, ich hoffe, da können wir nicht. Ein bisschen raus können wir, also können wir auch wieder nicht. Jo, easy. Eieieiei. So, ganz schön schmutzig waren. Obwohl wir auch bloß noch auf einer eigentlich relativ trockenen Wiese gefahren sind. Ja, wobei es jetzt noch. Da ist ein bisschen ein Tau. Das heißt, es ist ein bisschen feucht. Dann können wir schon ein bisschen dreckig werden. Macht ja nichts. Solange wir für das Wasser vom Kerr hier nichts tun müssen, ist alles gut. So. 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 Und wo geht's, oder? Bleiben wir hin? Okay. Irgendwas schmeißt gerade Erore aus. Wir gehen mal ganz kurz schnell zum Waldraus, nicht dass der mir hier Probleme macht. Ach nee, ich glaube, der steht falsch rum, oder? Ach ja. Sorry, Leute, ich muss ganz kurz hier reinfahren. Aber Bayer würde mir sogar Platz machen, aber der reicht natürlich nicht. Kollege, ich bin da, ganz danke. Das war's, es gibt irgendein Error. Irgendwas, Smoke, naja, egal. Wir haben immer noch 60 FPS, das heißt, hier ist noch nichts Schlimmes. Oh nein. Schnell weg, da. Okay, ich weiß nicht, an was das jetzt, an was liegt das denn jetzt? Ist das am Steyr? Nö. Naja. So, da sind wir wieder. Leute, ich kann das euch jetzt nicht erklären, was das jetzt gerade klingt. Da sehen wir ganz kurz immer so kleine oder große Ruckler, ne, das sind eigentlich kleine Ruckler noch gewesen. Wien sind aber, keine Ahnung. Naja, es war zum Glück nichts Schlimmes. Oder noch nicht. So, dann seht ihr hier mit dem Grundladewagen, auf dem Fall diesen hier, das letzte Mal hier auf der Stappenbach wahrscheinlich. Oh ja, ich weiß nicht, das ist es halt halt schön. Die Zappeln ist halt hier, der Anhängerkupplung schwebt da in der Luft. Um die Zeit, den Server umzubauen, habe ich jetzt, Alter. Jetzt ist wieder das Tor zu. Nein, jetzt auch. Jetzt sind wir ein bisschen an der Wand geschliffen. So, Herr Händler, das ist natürlich feinste Ware hier. Dafür kann es uns auch noch gut Geld geben. Oh, sind wir 6.000. Ist ja was. Wie viel brauchen wir denn für den neuen Ladewagen? Ähm, 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 Ladewagen. Das wäre der hier gewesen. 110.000. Ja, fehlt uns noch ein bisschen was. Das werden wir jetzt aber einfach ganz schnell uns von der Bank leihen. So. Wir müssen natürlich auch mal ein bisschen investieren. Los haben wir auch wieder. Ich sollte nicht auch wieder Wir versuchen, unsere Rumpfung estourur zu machen, dass wir dasaischen werden für die transfers. das passt und es sieht auch schön aus schöner Strautmann wenn wir natürlich unsere Opel erschicken, dass sie sehen, ah, die Wax ist groß dabei aber das dürfte normalerweise noch passen so, schalten wir das gute Stückmüll an ja, da hat er jetzt gemeckert, dass es dem Land mit mir gehören soll weil es halt ein Stückchen auf dem Gehsteig lag so so in Bayern sind jetzt glaube ich die Abschlussprüfung abgeschlossen oder am Montag, ich glaube am Montag müssen wir irgendwas machen, aber dann sind sie abgeschlossen da wünsche ich natürlich allen die die Abschlussprüfung geschrieben haben auch viel Glück, dass sie eine gute Note bekommen und einen guten Abschluss rauskommen so, dann nehmen wir den Strafen, der Vodona legt gleich mit so, ich hoffe wir sehen unser Silo, ähm, Heine, gehen wir nochmal waschen hier haben wir ein Multisilo ein Multifruchtsilo und Heu ist eigentlich keine neue Fruchtart das heißt, ich dürfte da schon reingehen das heißt, wir kriegen das Heu, Heine Lager noch heim Das heißt, wir kriegen das Heu, heine Lager noch heim Jetzt sind wir mal gespannt ob das alles nicht passt und mit den A-Bahnen runter sind wir jetzt bei 30% ein bisschen was liegt hier oben noch, das werden wir auch gleich schneller mitnehmen jetzt müssen wir hier nachher wieder hoch fahren und das rentiert sich wieder so jetzt nehmen wir auch die Hunde mit jetzt sind wir noch den Strafler noch und dann haben wir es da dreimal das zeigt das muss, ja das schaut eigentlich sauber aus dann hast du jetzt bloß noch die Bahnen die Balken runter dann haben wir die Wiesen gecleared so haben wir euch die ganze Zeit so dumm leichten, äh das ist jetzt auch so wurscht ah alles geht nicht, wir sind jetzt voll wenn wir doch noch morgen mit wohnen naja ist doch jetzt so schlimm wir fahren ja gerne unter dem Stahl so 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 dann laden wir es mal ab perfekt und dann sind wir jetzt drin das Gute ist Gute Hi wo ist denn graß strohe hmm hüh hmm mhm weresamo Bye was war da vorn na das ist so richtig ist auf jeden fall drin so wie es aussieht im lager hoffe ich mal aber wir haben ein menü für keine anzeige naja aber die rechte ist ganz schön da darf man nicht so schnell aus der hofennfahrt raus wohnen aber es ist denn für einen träumen da vorne wie er mit 30 unterwegs hier nein nein so wenn wir das stück hier noch mitnehmen will ich auch noch etwas so 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 wir haben eine kleine links kurve und dann haben wir es perfekt wegen 3400 liter haben wir es noch einmal auslantern müssen aber ist echt schlimm was mir gezeigt wurde ich war nicht unter Druck jetzt müssen wir gucken, ich verpasse nicht mehr auf gern die Einfahrt hier aber... ich hab dran gedacht jetzt haben wir die letzten 3000L da holen wir rein ins Silo dann ist das Ding gespart und waschen und dann ab in die Hunde mit zack wir müssen natürlich unsere Fahrzeuge auch pflegen damit es nicht so schnell hier werden und das schaut einfach schöner aus das muss man mal sagen das ist was wir nicht dann ab in der Hunde gehen wir aber der 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 Wenn ich den F-17 einmal die hintere Achse sperren habe, hat keiner. Die hintere Lenkachse. Aber ich möchte noch ein bisschen gut nachdenken. So. Dann passt das an. Wir werden mal ganz kurz schauen, ob da schon die zweite Schicht oben bei unserem F-85 ist. Weil... Ah, ist immer noch die erste, glaube ich. Kommen wir mal nochmal selber nach, weil wenn da schon das ein oder andere Fenzchen gesprisst war, dann kann man da gleich mal dünkeln. Ist das aber, glaube ich, eh da. Hm, ah, schau geht's aus. Nope, hier ist gar nichts. Ähm, ja, ich spule jetzt auch mal ein bisschen vor. Auf der Hoffnung, dass da wieder was wachsen tut, damit wir hier nochmal fertig düngen können. Dann will er ganz kurz ein bisschen mehr machen. So. Dann haben wir ein bisschen vorgespult. Dann haben wir noch nichts gewachsen. Ah. Oh nein, das ist bloß ungrau. Ähm. Egal, ich bin noch froh, wenn da ein bisschen ungrau drauf ist. Dann können wir das nämlich gleich runter spritzen. Ähm. Dann haben wir noch mal einen Baum gefunden. Aber er hat uns natürlich wieder nichts gesagt. Man kennt ihn. So, ich werde ihn jetzt einfach da. Ein bisschen. Versuchen da raus zu schützen. So. Schaufschuss jetzt. Was macht er denn? Oh, es ist. Mittag nachts, vier um so eine Uhr. Egal, ich lasse ihn einfach mal machen. Egal, ich lasse ihn einfach mal machen. Ah, er macht doch fast. Passt. Ähm. Da ist unser Steuer. Dann holen wir uns nämlich gleich mal die Spritzen. So steht's. Zack. Ah, die haben wir noch mal aufgelöst. Erstens. Oh. Dann fahr ich den hin rum, ob er erst fährt. Dann fahr ich den hin rum, ob er erst fährt. So, komm mal nach. Oh, komm mal rum. So, geht. Perfekt. Da fahr ich mir natürlich wieder aufpassen. Mit dem Schlaglock. ço. Wenn du das mal frisch suicide hast, ecc. Also, ne. Ja, hab ich den mal aufpassen. So, hab ich den Müll. Jetzt will ich noch mal aufpassen. Ähm. Können wir noch was kaputt? Wenn wir rein fahren? Nein, das wäre noch gut. Das heißt. Wir machen da dann einfach. ein GPS-Kurs. Das machen wir aber dann in der morgigen Folge, denn für heute sind wir auch schon wieder völlig liebe Leute. Wie immer, wenn es euch gefallen hat, gerne einen Daumen nach oben da lassen, kostenloses Abo, würde mich sehr freuen. Und ja, ansonsten führen wir uns am Morgen wieder zu einer weiteren Folge hier auf der Stappenbach, wenn wir unseren wunderschönen Mais hier fertig düngen und spritzen. Und ja, dann wünsche ich euch allen ein wunderschöner Schlinge Kack. Haut rein, Leute, und ciao, ciao. Bis zum nächsten Mal.